BAM Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Mittwochabend. Ian Gary sagt Ja zu jedem, Aljamain Sterling sagt Nein zum Officer FLOF und Darren Till glaubt nach wie vor fest daran, UFC Champion zu werden. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr drangeblieben seid. Wir springen sofort rein und fangen heute an mit Aljamain Sterling, der ja im Endeffekt hier sehr, sehr ehrlich ist, weil er die Sache sagt, zugibt, die, glaube ich, sehr, sehr viele denken oder wonach viele Fighter handeln, aber die wenigsten geben das so offen zu. Worum geht's? Er hat gesagt, ein Fight gegen FLOF, ganz ehrlich, macht für ihn keinen Sinn. Deswegen möchte er lieber einen Kampf gegen Jair Rodriguez oder gegen Brian Ortega. Hier sehen wir die drei Männer alle aufgelistet mit Sterling. Und er sagt, es wissen einfach nicht wahnsinnig viele Leute, wer FLOF überhaupt ist. Und er ist ein echt zäher Kerl und ein sehr, sehr guter Kämpfer. Und als Freunde gefragt haben oder als er Freunde davon erzählt hat, haben alle nur gefragt, wer ist das denn? Und deswegen hat er halt um einen Fight gefragt oder gebeten, Rodriguez oder Ortega, weil da hat der Name halt einen größeren Stellenwert, größerer Bekanntheitsgrad und das würde ihn einfach näher an den Titel ranbringen. Und deswegen macht der Fight gegen FLOF nicht so viel Sinn, weil er nicht glaubt, dass ihn das irgendwie nach vorne bringt in einem großartigen, also im Titelkampf. Und das wäre halt einfach nur ein Kampf des Kampfeswillens, um einfach nur einen Fight zu haben, aber so ein bisschen Kampf ohne großes Ziel. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass er da einfach nur ehrlich ist und dass viele das so sehen. Und wenn wir das so ein bisschen analysieren, ich glaube nicht, dass er da wirklich Unrecht hat. Für die Hardcore-Fans, was heißt Hardcore-Fans? Für den regelmäßigen UFC-Schauer. Ich weiß nicht, ob man dann schon ein Hardcore-Fan ist. Aber wenn man auch sich die Fight Nights anguckt und wenn man auch die Leute außerhalb der Top 15 kennt, dann ist der VLF einem natürlich ein Begriff. Ich meine, er steht ja auch in den Rankings nach wie vor ungeschlagen. Das wäre so ein Fight, mit dem Sterling, glaube ich, sehr, sehr viele Fans nochmal von sich überzeugen könnte. Aber ob ihn das wirklich näher an den Titel ranbringt, wage ich auch zu bezweifeln. Natürlich nimmt er einem Fighter, der ungeschlagen ist, die Null. Aber es ist in der UFC einfach so, was mehr Aufmerksamkeit generiert, ist wahrscheinlich einmal natürlich ein spektakulärer Fight, aber auch einfach ein Kampf gegen einen Gegner, den sehr, sehr viele Fans kennen. Und deswegen sind ja häufig auch aus dem russischsprachigen Bereich die Jungs so ein bisschen schwer vermittelbar, weil man weiß, und das gibt ja Sterling hier auch zu, das ist ein harter Fight. Das wird eine brutal schwierige Aufgabe. Aber das, was ich davon rausbekomme, steht in keinem Verhältnis dazu. Ich kann auch andere schwierige Fights haben. Dort habe ich aber mit einem Sieg wahrscheinlich direkt eine Titelchance garantiert. Dann würde ich natürlich eher auf diese Fights abziehen. Weil wenn es so oder so schwierig wird, dann versuche ich natürlich für mich den größtmöglichen Gewinn rauszuziehen. Also ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich kein Freund davon bin, wenn man jetzt irgendwelchen Gegnern gezielt aus dem Weg geht. Ich wäre ja nach wie vor wirklich für so ein Ranking-System, wo dir eventuell auch Punkte oder ein Platz abgezogen wird, wenn du einfach Fighter, die dir angeboten werden und die sich in deinem Spielraum, in deinem Radius befinden, wenn du jetzt ablehnst, EVLUF steht, keine Ahnung, auf der 10, du stehst auf der 8 oder auf der 9 oder auf der 7 und du lehnst einen Fight gegen ihn ab, dass du dann automatisch mit EVLUF Plätze tauscht. Damit man einfach auch die Jungs, die vielleicht nicht jetzt unbedingt den riesigen Namenwert haben oder den alle Fans kennen, damit man denen trotzdem rein von der Qualität die Chance gibt zu kämpfen. Weil natürlich bin ich mir darüber bewusst, was die UFC machen möchte. Die möchten die Fights verkaufen, die sich halt auch verkaufen lassen, die wahnsinnig viel Geld anbringen. Aber als Fan habe ich irgendwo schon das Interesse, ich möchte diese knackigen Match-Ups sehen, diese Fights, wo ich mir die Frage stelle, Sterlings Grappling, EVLUF's Grappling, was wird sich hier durchsetzen? Einfach die besten MMA-Kämpfer gegeneinander, selbst wenn einer davon sich vielleicht nicht gut vermarkten kann. Aber den, sag ich mal, Hauptpunkt, den er hier trifft, damit wird er wahrscheinlich genau in die Trompete der UFC blasen, weil die solche Sachen häufig ähnlich sieht. Man muss, auch wenn man jetzt Sterling vielleicht nicht den roten Teppich ausrollt, aber du musst dich irgendwo vermarkten, du musst irgendwo das große Tam-Tam machen, was Sterling ganz gut macht außerhalb. Bei ihm ist dann vielleicht ein bisschen, dass jetzt nicht unbedingt die geilen Finishes mit reinspielen, liegt dann vielleicht auch ein bisschen am Kampfstil. Also ich kann Sterling verstehen, auch wenn ich jetzt als Fan natürlich sage, trotzdem, das ist ein Fight, der unglaublich viel Spaß machen würde. Wir bleiben noch kurz bei Sterling. Der hat nämlich nochmal über Sugar Chardonnay gesprochen und gesagt, dass er, ja, einige werden jetzt sagen, er wäre noch ein bisschen salzig. Und ganz ehrlich, ich bin einer davon, der das nach diesem Interview behaupten würde. Denn er sagt, wenn er nochmal die Chance bekommen würde, würde er alles, was er hat, bei uns im Freundeskreis kommt dann immer direkt, der Running Gag. Wenn einer so eine Aussage tätigt, ich wette alle, ich setze alles, was ich habe, kommt immer direkt die Frage, was die ganzen 15,30 Euro. Ich denke, Sterling hat ein bisschen mehr. Aber er würde halt sein komplettes Vermögen darauf setzen, dass er gegen O'Malley gewinnen würde. Wenn er dieselbe Zeit bekommen würde, wie jetzt zwischen dem letzten Fight von O'Malley und dem nächsten Fight dann zwischen ihm und Chito Vera, wenn er diese Spanne auch bekommen würde, um sich richtig vorzubereiten, richtig zu erholen, auf den Weightcut vorzubereiten, dann glaubt er, geht es anders aus. Und natürlich klingelt er irgendwo durch. Ja, ich war nicht 100% fit. Der Weightcut, das kam zu knapp. Die UFC hat mir ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Was auch alles stimmen mag, aber du bist natürlich trotzdem der Herr über deine eigenen Handlungen. Die Hand wurde nicht von Geisterhand geführt, als du diesen Vertrag unterzeichnet hast. Ich denke nicht, dass die UFC dir sofort den Titel aberkennt. Dafür musst du schon ein bisschen mehr machen. Vielleicht macht man da eine Interim-Fight draus, aber so ein bisschen so die, ich rede hier aber davon, die gelbe Karte, die kannst du dir leisten als Champion. Er hat es gemacht, er ist reingesprungen. Auch wenn er jetzt, ich meine, ganz ehrlich, ich würde auch die Favoritenrolle rein vom Stil her wieder Sterling zuschieben, weil es einfach die klassische Grappler gegen Striker Nummer ist und Sterling halt ein sehr, sehr guter Grappler ist und er auch wirklich gut darin ist, die Gegner ein Stück weit zu neutralisieren. Auf der anderen Seite, man sollte auch vielleicht seine Lektionen lernen, sowohl Sterling als auch ich als Zuschauer. O'Malley hat das sehr, sehr gut gemacht. War sehr beweglich, hat sich wenig festsetzen lassen und er braucht dann wahrscheinlich nur einmal diesen Fehler in der Deckung und wird das dann knallhart bestrafen. Nach diesem Fight ein bisschen weniger für mich Sterling der Favorit, als noch vor dem ersten Aufeinandertreffen, aber trotzdem würde ich nach wie vor sagen, rein vom Stil her ist das mit Sicherheit jetzt nichts, was O'Malley extrem entgegenkommt im Vergleich zu einem anderen Fight, wo jetzt irgendjemand kommt, der ein reiner Striker ist, der mit ihm nur so ein Duell im Stand haben möchte, wie zum Beispiel Chito Vera. Aber ich kann das auch nicht komplett wegignorieren. Ich glaube schon, dass Sterling hier einfach noch so ein bisschen salzig ist. Auch wenn er selber sagt, ja, das mögen jetzt einige behaupten, damit klammert man das, glaube ich, nicht komplett aus. Ich denke, der Stachel sitzt auch noch ein bisschen tief. Und als Abschluss dazu hat auch der Coach, Tim Welsh, von O'Malley noch was dazu gesagt, weil ja Merapp schon angekündigt hat, ich fahre ein bisschen weiter nach oben, ich werde erst O'Malley im Cage smashen und dann seinen Coach außerhalb. Auch Sterling hat ihn nochmal gewarnt, so viel Trash-Talk zu machen, wenn er selber nicht in die Schusslinie geraten will oder selber gar nicht mitmischt. Und da hat Welsh nochmal gesagt, in welchem Pool soll ich es sein? Man hat ja jetzt den Streetfight-Pool und er sagt ganz ehrlich, ich reiße gegen keinen meinen Maul auf, wo ich nicht auch glaube, eine Chance zu haben. Also wenn ich denke, der versorbt mir den Arsch, dann werde ich auch meinen Maul halten. Also das klingt jetzt für mich auch nicht wie so eine wirkliche Herausforderung, aber Tim Welsh, auch ehemaliger Fighter, wird sich, denke ich, schon zu verteidigen wissen. Der wird jetzt auch nicht wie das berühmte Lamm sein, was man dann zur Schlachtbank führt. Und gerade wenn es dann so einen Tumult geben sollte, irgendwo außerhalb. Ja, ich habe meine Meinung dazu gesagt, ich finde es jetzt nicht gut, wenn Coaches da irgendwie sich am Trash-Talk beteiligen, weil sie natürlich in dem Moment nicht diejenigen sind, die kämpfen. Aber es gibt dann für mich auch nochmal einen Unterschied zwischen vielleicht einem reinen Zuschauer und einem Coach oder einem ehemaligen Fighter, der natürlich irgendwo auch selber das Kämpfen irgendwo gelernt hat, ein professioneller Fighter gewesen ist. Am Ende des Tages, wenn sowas dann immer geregelt werden kann in einem wirklichen Fight, ob jetzt UFC halte ich für unrealistisch, aber macht es meinetwegen in einem Gym aus, bei dem einen, bei dem anderen, macht ein Sparring, macht, gebt 100%. Dann habt ihr vielleicht eure Meinungsdifferenzen da so ein bisschen beigelegt und es war halt ein faires 1 gegen 1. Darren Till, der Mann hat noch Träume, der Mann hat noch Pläne. Und auch wenn er sich, glaube ich, ein bisschen darüber bewusst ist, dass da einige jetzt schmunzeln werden, er sagt, hey, ich habe auch noch nicht komplett aus den Augen verloren, mein Ziel, UFC Champion zu werden. Und ich garantiere euch, ich werde UFC Champion werden. Dieses Ziel werde ich noch erreichen. Ich spreche permanent mit dem Bossen der UFC. Ich werde mich jetzt erst mal, die haben mich sogar eingeladen, zur UFC 304 in Manchester. Ich werde mich jetzt erst mal auf meine Boxkarriere konzentrieren, dort jedem mehr Geld machen. Und da gibt es ja auch The Breaking News. Er wird auf Netflix zu sehen, am 20. Juli, auf der Card von Mike Tyson und Jake Paul kämpfen. Er ist mit Sicherheit eine große Plattform. Gut für Darren Till gegen Julio Cesar Chavez Jr., der, glaube ich, auch zuletzt gegen Anderson Silva geboxt hat. Kann das sein? Ja, bekommt er einen sehr, sehr erfahrenen Mann auf jeden Fall. 190 Pfund wird das Ganze stattfinden. Sechs, drei Minuten Runden für Darren Till. Das wird sein Profi-Debüt sein. Also da ist er aktiv. Da versucht er ein bisschen Kohle zu machen. Aber er sagt auch, dass er noch in die UFC zurück möchte und dort an die Spitze klettern will und dann sagen möchte, Asta da pasta, Freunde, ich bin raus. Ich habe es euch gezeigt. Ich bin einer der Besten gewesen. Und ja, jetzt können einige drüber lachen. Aber er sagt, wenn ich mir anschaue, dass ich gut mitgehalten habe, mit Dricos Duplessis ihn vermöbelt habe, so sagt er das, für zwei Runden, bevor er mich dann finischen konnte. Ja, das ist so die berühmte Geschichte. Ich habe so lange gewonnen, bis ich dann verloren habe. Aber damit habe ich für mich gezeigt, sagt er, dass ich den Champion besiegen kann. Hier ist, glaube ich, auch ein bisschen, liegt vielleicht das, ja, das Detail ein bisschen in der Übersetzung. I know I could beat the Champion. Heißt jetzt beat in diesem Fall wirklich nur, ich kann den vermöbeln, was ich gezeigt habe in zwei Runden, oder beat wirklich, ich kann den besiegen schlagen, weil das hat er ja nicht geschafft. Ja, dass er ihm eine auf die Mütze geben kann, hat er in diesem Fight gezeigt, aber halt nicht, dass er ihn schlussendlich bezwingen kann, denn der Sieger war am Ende Duplessis. Aber er hofft auch, dass einige jetzt einsehen, wenn man Dricos jetzt als Champion sieht, damals nach dem Fight haben viele gesagt, oh, Darren Till ist am Ende und das war's für ihn. Ich weiß nicht, aber desillusioniert ist so ein böses Wort. Wenn man sich natürlich die letzten Leistungen anguckt und auch ein bisschen die Verfassung in der Darren Till da war, wirkt das erstmal zweifelhaft, dass er dieses Vorhaben noch umsetzen kann, aber an anderen Stellen haben wir schon drüber gesprochen. Man weiß nie, was ging bei den Leuten privat ab, was ging verletzungstechnisch bei den Leuten ab. Das ist immer sehr schwer von außen dann zu beurteilen. Körperlich wirkte Darren Till für mich nicht topfit in seinen letzten Fals. Lag vielleicht auch daran, dass er ein bisschen austrainierte Einfahrung im Weltergewicht ausgesehen hat und im Mittelgewicht einfach so ein paar zusätzliche Päckchen mit sich rumgetragen hat. Er sprach jetzt hier auch davon, noch bei 205 Runden zu kämpfen. Also die Ziele hat er definitiv und Darren Till, wenn er on point war, war das noch ein guter Fighter. Aber für mich, gerade was dann Titelambitionen angeht, das Grappling war halt so eine riesige Achillesferse und ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird in der Zwischenzeit, wenn man sich rein auf Boxen konzentriert. Wenn das richtige Matchup am Start ist, traue ich Darren Till zu, dann auch direkt reinzuspringen und eventuell einen Sieg zu holen. Ja, wenn das Matchup wirklich passt, aber er wird ja nicht zurückkommen und einen Titelkampf bekommen. Gegen, ich weiß gar nicht, wo haben wir jetzt einen reinen Striker noch, der irgendwo Champion ist? O'Malley, ja, das Gewicht wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Und wenn ich angucke, Leon Edwards im Weltergewicht, ja, den würde ich noch als Striker einordnen, der aber deutlich besseres Grappling hat als Darren Till meiner Meinung nach. Also da wird es schon nicht einfach, aber gut, das könnte man so als britisches Duell natürlich gut verkaufen, aber er wird ja den Titel schon nicht geschenkt bekommen. Aber ebenfalls im, außer jetzt, ich weiß nicht, geht zum Boxen und wird dort irgendwie Champion in irgendeiner Organisation, dann vielleicht, aber realistisch betrachtet wird er das nicht schaffen. Und im Mittelgewicht, Draco Duplessis ist Champion, gut, vielleicht kann er darauf aufbauen, dass er wirklich seine Momente hatte in diesem Fight, aber wir wissen, glaube ich, alle noch, wie der Kampf ausgegangen ist. Ja, und 205 Pfund gegen Alex Pereira, da sage ich mal, ja, ist ein Striker, aber viel Glück. Da sehe ich Darren Till jetzt eher nicht als den Favoriten, selbst wenn er da den Titelkampf geschenkt bekommt. Aber es ist gut, Ziele zu haben, wer bin ich, wer sind wir, dass wir da spotten wollen über einen Mann, der noch Ambitionen hat. Wenn er das schafft, coole Nummer. Ich habe mich immer gefreut, Darren Till kämpfen zu sehen und wenn er zurückkommt, auch außerhalb des Käfigs ein sehr unterhaltsamer Typ. Diese kurze Phase mit den Smash Bros, mit ihm und Kamsat, war eine gute Phase, war eine gute Zeit, also ich zumindest viel Spaß, auch an diesen Vlogs, die hochgeladen wurden. Vielleicht wird er auch bei Vernekel FC nochmal einen Abstecher machen, wenn vielleicht die Boxkarriere nicht so läuft, wie er das erwartet. Aber in jedem Fall, wenn Darren Till zurückkommt in die UFC, werde ich mich darüber definitiv freuen. So langsam könnte einem Ian Gary auch ein bisschen leid tun, denn alles, was er gefühlt macht, ist Ja sagen. Er sagt Ja zu so gut wie jedem Fight. Er hat ein paar Bedingungen, vielleicht machen die das Ganze auch ein bisschen schwieriger. Aber auch hier Bedingungen, die glaube ich jetzt nichts Außergewöhnliches sind, wenn er sagt, er möchte schon in den Rankings nach oben gucken. Er hat das schon ein bisschen eingeschränkt und gesagt, scheinbar klappt das für ihn nicht, weil jeder irgendwie Nein sagt und wenn er ganz nach oben guckt, Leon und Bilal werden wahrscheinlich sich bald ein Tänzchen liefern. Dann hat er entweder die Möglichkeit zu warten, was er auf gar keinen Fall machen würde. Er sagt, für ihn ist es UFC 3-0-3 oder gar nichts. Er möchte da irische Geschichte schreiben, wie er es sagt. Auf der Card von Conor McGregor und Michael Chandler möchte er kämpfen und warten sei für ihn eigentlich keine Option. Und er sagt, der Colby-Fight, der scheint wohl nicht zustande zu kommen. Colby hat ja auch schon gesagt, dieses Schiff ist davon gesegelt. Warum? Weshalb? Wieso? Schwierig jetzt für uns von außen wirklich zu ergründen. Ian Gary sagt aber, ich habe bei so vielen Leuten habe ich Ja gesagt. Er sagt, ich habe Ja gesagt zu Michael Venom Page. Da hat das Team schon verlauten lassen, ja, das wird nicht so einfach mit dem Weight Cut. Der läuft jetzt ein bisschen schwer rum, das jetzt in relativ kurzer Zeit in sieben Wochen hinzubekommen mit dem Gewicht. Eher unrealistisch. Er sagt, das ist aber nicht der Einzige. Er hat gesagt, bei Colby. Und er sagt, Colby wurde mir angeboten. Ich habe Ja gesagt. Zu MVP hat er Ja gesagt. Zu Sean Brady hat er Ja gesagt. Zu dem Usbekistan-Typen. So nennt er ihn. Zu Rosi Boef. Wenn er gewonnen hätte, das war so ein bisschen die Bedingung, aber er hat auch Ja gesagt zu Joaquin Buckley. Also gut, da sage ich auch ganz ehrlich, was willst du von einem Fighter da mehr erwarten? Er hat Ja gesagt und das waren, glaube ich, auch Leute mit dabei, die nicht vor ihm stehen in den Rankings. Ja, so ein bisschen ist jetzt hier mit Sicherheit das Problem, dass die Vorbereitungszeit relativ kurz ist. Denn ein Fight gegen Ian Gary, der Mann ist ungeschlagen. Der Mann polarisiert, ob jetzt positiv, weil ihn alle wahnsinnig anfeuern oder weil die ihn eher jetzt ein bisschen skeptisch sehen oder weil die sehen wollen, wie er verliert. Ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall polarisiert Ian Gary. Also ein bekannter Name, ungeschlagen, auch in den Rankings vertreten. Da willst du wahrscheinlich auch als Gegner einfach gut vorbereitet sein. Da willst du nicht kurzfristig reinspringen, ihm damit einfach einen Vorteil geben, sondern sagen, ich brauche irgendwie eine gute Vorbereitung. Und wenn jetzt vielleicht ein Buckley auch sagt, ja, ich habe jetzt gekämpft. Ja, sieben Wochen Vorbereitung, aber direkt, also würde vielleicht reichen, aber von einem Trainingscamp ins andere. Buckley sieht für mich auch so aus, als ob der Cut schon wohl überlegt sein muss. Also ein richtiger Brecher, vielleicht nicht von der Körperhöhe, aber definitiv von der Masse. Jose Boeuf, gut, der hat ja verloren. MVP hat offen, oder das Team hat relativ offen zu Ian Gary gesagt, ja, Gewicht wird schwierig. Sean Brady, schwierig jetzt hier. Ja, natürlich, wir fischen jetzt ein bisschen im Trüben, warum die abgesagt haben, können wir alle nicht schlussendlich hier ergründen, aber ja, für Ian Gary natürlich bitter, dass er da keinen Gegner bekommt. Im Zweifel würde ich an seiner Stelle aber auch weiter Ja sagen, wenn er auf dieser Card bleiben möchte, weil er ist im Vorbereitungsmodus, er ist im Flow, er will dort kämpfen, er stellt sich mental schon drauf ein. Für jeden Gegner, egal wer es ist, schmilzt dieses Vorbereitungsfenster jetzt weiter runter und auch wenn er dann in den Rankings weiter nach hinten greifen muss, wird ihm das vielleicht dann auch egal sein, Hauptsache er bleibt auf dieser Card, weil das kann natürlich nochmal ein Booster sein, auf einer Card mit Conor McGregor zu sein, ein Fight, der ja auch in derselben Gewichtsklasse stattfindet, McGregor gegen Chandler wird ein Kampf sein im Weltergewicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es Ian Garys erstes Ziel ist, gegen McGregor zu kämpfen und den herauszufordern, aber auch hier verrücktere Sachen sind passiert, dann könnte er wirklich dieses Konstrukt uns allen liefern mit vom Vorbild und dem Fan zu Rivalen schlussendlich, die dann gegeneinander kämpfen um das Zepter von Irland, irgendwie sowas in der Richtung, aber ich verstehe, dass er auf dieser Card bleiben möchte, ja es fehlt ihm halt nur ein Gegner, bei Colby glaube ich nach wie vor, das ist ein passgenauer Fight für beide Männer, Vorteile auf unterschiedlichen Ebenen für beide Männer, da verstehe ich nicht, ob die UFC die Nummer wirklich nicht angeboten hat, was Colby sagt, oder ob Colby einfach Nein gesagt hat, wie es ihn Gary behauptet. Kommen wir zu Daniel Comier, der sich so ein bisschen als weißer Ritter an die Seite stellt von Ronda Rousey, weil Ronda ja über ihre Gehirnerschütterung gesprochen hat. Und das ist nicht die einzige Nachricht von DC, wir gehen gleich direkt rüber zur nächsten, wo er über Jones gesprochen hat. DC stellt sich so ein bisschen vor sie und sagt, das Einzige, was sie gemacht hat, ist ihre Erfahrung zu teilen mit den Gehirnerschütterungen und das können wir ihr nicht nehmen, versteht da die Kritik nicht. geht da nochmal alles durch, das natürlich gefühlt bei Holly Holm sich die ganze Welt gefreut hat, auch bei Amanda Nunes und es sei trotzdem ihr gutes Recht, darüber zu sprechen, auch wenn für ihn das jetzt ein bisschen spät kommt, nach so vielen Jahren darüber zu sprechen. Bei Rousey ist es glaube ich einfach die Sache und darüber haben ja auch andere gesprochen, als ehemalige Kommentatoren der UFC, die gesagt haben, die hat einfach die Leute schlecht behandelt um sie herum und deswegen haben sich viele gegen, oder viele dann gefreut, als sie verloren hat. Das ist ja auch normal, es gibt Leute, die freuen sich, wenn du verlierst, einfach nur, weil die vielleicht missgünstig sind, weil die neidisch sind, weil die dir das nicht gönnen. Die gibt es definitiv auch, seid ja auch alle nicht erst seit gestern Menschen, aber es gibt auch die Leute, die sich eigentlich für dich freuen oder relativ neutral sind, aber wenn du natürlich einen absoluten, miesen Charakter zeigst oder einfach nur von oben herab mit hochgehobener Nase kommst, ja dann freut man sich einfach aus dem Grund, dass du so einen Reality Check bekommst, dass du ein bisschen was von deiner eigenen Medizin zu spüren bekommst, so eine kleine Erdung, so ein bisschen Demut erfahren sollst. Und ich glaube, das war einfach vielmehr das Problem von Ronda Rousey. Wenn jeder andere, wenn Holly Holm jetzt rauskommen würde und irgendwie sagen würde, ja, Gehnerschütterung bei dem und dem Fight, dann würden alle sagen, okay, gut, hören wir uns die ganze Nummer an, dann wird es relativ wenig Kritik geben, weil Holly auch einen ganz anderen Charakter hat oder ein ganz anderes Auftreten. Charakter ist immer schwer zu beurteilen von diesem Social Media Gedöns, ist aber vom Auftreten her eine ganz andere Person. Deswegen glaube ich, lag Sporonda jetzt weniger daran, wann sie, womit rauskamen, ob Ausrede oder nicht. Die hat sich in vielen Momenten einfach unausstehlich verhalten. Ultimate Fighter da auch eine Nummer mit Mischa Tate und da einfach dann schlussendlich die Quittung bekommen. Natürlich jubeln dir alle zu, wenn du erfolgreich bist, aber wie viel davon ist wirklich fake? Wie viel ist davon einfach nur, ja, weil du Leuten vielleicht auch Geld bringst, die natürlich vorrangig in deinem Team sind und andere sind die berühmten Erfolgsfans, die halt so lange auf dieser Welle reiten, solange die möglichst hoch ist, aber diese Leute wenden sich halt dementsprechend genauso schnell gegen dich. Seien anderen Sportarten auch so. Wir bleiben bei DC, denn er hat wieder so eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit Jon Jones. Das wird auch, das wird nie zu Ende gehen. Das wird eine Fede sein für die Ewigkeit, auch wenn beide immer mal wieder so Annäherungen machen und sich gegenseitig einen Kuss auf die Stirn geben. Respekt ist, denke ich schon irgendwo da. Irgendwo aber auch eine tief unterschwellige Antipathie zwischen den beiden. Jones kann natürlich immer davon gehen und sagen, ja, ich hab dich zu beiden gebracht, ich hab dich besiegt, was willst du eigentlich von mir? Einmal deutlich über Punkte, dann gefinisht. DC wird sagen, ja, aber wie hast du das geschafft? War das alles sauber? Ging es mit rechten Dingen zu? Das wird das Sternchen sein an dieser ganzen Nummer und so ein bisschen geht es jetzt auch darum an dieses Sternchen an der ganzen Nummer. Weil Jones hier DC mit Espinel vergleicht und zwar den Status von Espinel als Champion. Er sagt, die UFC hat scheinbar wirklich ein paar UK-Fans dazu gebracht, dass sie glauben, der Junge ist wirklich der Champion. Und er sagt, das erinnert ihn so ein bisschen an DC, der der Champion gewesen ist während seiner Abwesenheit. und ja, da hat DC natürlich konnte er nicht auf sich sitzen lassen und hat dann nochmal drüber gesprochen und sagt, das war nicht dieselbe Situation. Du konntest damals nicht kämpfen, weil du halt illegale Substanzen in deinen Körper gebracht hast, in dein System gebracht hast und deswegen wurde dir der Titel aberkannt und ich war da, ich konnte kämpfen, das ist keine vergleichbare Situation mit jetzt. Gut, jetzt kann er ja auch nicht kämpfen, gut, diesmal, weil er sich verletzt hat, aber das ist ein Tango, auf den sollte sich DC eigentlich nicht einlassen. Denn was am Ende des Tages natürlich zur Debatte stehen wird, ist bei fast jedem Champion so und das Einzige, was da dann hilft, ist, wenn genug Zeit vergeht. Khabib Nurmagomedov hat mit 29 zu 0 ungeschlagen aufgehört. Jeder, der danach kam, stand, der unmittelbar kurzfristig danach kam, stand erstmal so ein bisschen im Schatten von Khabib und dieser Begriff wie Paper Champ, also der Papier Champion, nicht der echte Champion, war dann bei vielen im Kopf. Was dann aber hilft, ist einfach Zeit. Zeit und die Tatsache, dass Khabib ja im Ruhestand war. Wenn Nurmagomedov jetzt auch eine Verletzung gehabt hätte, dann hätte der der Titel danach nicht annähernd denselben Stellenwert gehabt, weil man immer davon ausgegangen wäre, ja, der kommt wieder oder eine Verletzung hätte irgendwie die Karriere beendet, das war keine freiwillige Entscheidung. Ja, wenn der noch da wäre, wenn der noch kämpfen könnte, dann hätte es sogar keine Schnitte gehabt und die Sache halt, ich bin mir natürlich auch bewusst, dass Jones durch einen Doping-Test gefallen ist, wobei ich sagen muss, beim ersten Fight der beiden nur Koks, gut, jetzt werden einige sagen, Paul, was ist mit dir? Nur Koks? Was geht denn bei dir zu Hause ab? Ja, aber inwieweit ist Koks jetzt wirklich so leistungssteigernd? Und das war ja auch kein Ergebnis, was irgendwie rückgängig gemacht worden ist. Da hat nicht die Kommission irgendwie gesagt, okay, du hast geguckt, du bist raus, sondern das war eine Strafe, die er so halt bekommen hat. Ich glaube, man muss ja eine Geldstrafe zahlen, aber es hat diesen Fight schlussendlich nicht beeinflusst, weil es auch irgendwie das Wochenende davor war. Also irgendwie sowas. Ich habe mir das alles mal angeguckt, ich bin aber auch ein vergesslicher Typ. wenn ich es vor einem Jahr recherchiert habe, weiß ich das jetzt auch nicht mehr, genau diesen zeitlichen Ablauf. Aber Kokain jetzt für mich nochmal eine andere Dimension, als wenn er jetzt wirklich irgendwelche wie wie danach mit diesen Piktogrammen, wo er irgendwie da positiv getestet worden ist. Trotzdem verstehe ich, dass der Stachel tief sitzt bei DC, aber rein von den Fakten her, auch wenn es ihm natürlich nicht gefällt, während er mit Jones im Käfig stand, hat Jones halt die Fights für sich entschieden und gewonnen. Und natürlich, wenn du mit jemandem aktiv bist, in seiner Prime, in deiner Prime und du ihn nicht besiegen konntest, wie viel Wert hat dann der Titel, den du trägst, wenn er nicht da ist, wenn er nicht kämpft, ob freiwillig oder unfreiwillig, natürlich ist dann immer so ein kleines Sternchen mit dabei. Aber DC muss für mich seinen Kopf hier nicht irgendwie in den Sand stecken, nicht irgendwie vor Schande sich verbeugen, hat Jones gute Fights auch geliefert. Also das war jetzt nie ein Fight, keiner von beiden, wo ich das Gefühl hatte, boah, DC gehört ja gar nicht mit in einen Käfig. Und wenn wir uns den Rest aus seiner Karriere und der Fights angucken, DC hatte wirklich eine großartige Karriere. Ich glaube wirklich, diese beiden Fights, diese Fäden gegen Jones und gegen Stipe, die haben bei ihm so ein bisschen dafür gesorgt, dass er vielleicht nicht in diese absolute GOAT-Diskussion mit aufgenommen wird. Weil das waren für mich die großen Fäden, die so DCs Karriere ausgemacht haben und die konnten ja leider beide nicht für sich entscheiden. War ja ein super Fighter, hundertprozentig. Hat der eine astreine Karriere hingelegt mit Champ-Champ-Status und sogar beide Titel verteidigt ebenfalls. Gehört der eigentlich auch in diese GOAT-Debatte? Ja, hundertprozentig. Aber dadurch, dass er die wichtigsten Fäden so verloren hat mit den Fightern, die wahrscheinlich am hochwertigsten waren von all seinen Gegnern, ist er da für mich auch ein bisschen zurückgefallen. Aber unabhängig davon, DC, großartiger, Weltklasse-Fighter, natürlich Olympia da auch noch mit auf dem Buckel. Dazu, glaube ich, feiner Kerl. Ich glaube, der ist keiner, der irgendwie seinen Kopf in Schande irgendwo, irgendwem gegenüber senken muss. Ja, baut sich da schon so ein bisschen unser Raumkampf auf. José Aldo gegen Dominic Cruz einige Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Wenn es nach Dominic Cruz geht, hält er das für sehr unrealistisch. Denn er glaubt nicht, dass José Aldo hier noch einen weiteren Vertrag unterzeichnet über mehrere Fighters. Er sagt, willst du das wirklich? Willst du einen Vertrag über mehrere Kämpfe unterzeichnen, um nochmal einen Lauf zum Titel zu starten und du weißt, dann kämpfst du gegen Leute wie mich? Die vom Stil her ein absoluter Albtraum sind für dich? Nein, er sagt, das war ich zu bezweifeln. Er wollte einfach als Free Agent, also unabhängig, komplett frei, mit einem Sieg in der UFC, das wollte er einfach haben, diesen Status, um vielleicht besser verhandeln zu können. Nochmal ein bisschen was für seine Bekanntheit zu machen und vielleicht wirklich dieses Ende seiner UFC-Karriere dann in Rio vor heimischer Kulisse zu feiern. Ja, es ist ein schönes Ende, auch wenn wir noch gesehen haben, natürlich José Aldo King of Rio mit dieser Krone dann da noch beim letzten Pay-Per-View, das hat schon was, natürlich mit dem Titel aufzuhören ist wahrscheinlich noch um einiges schöner, aber ich glaube es einfach mal, José Aldo, für mich hat er jetzt wenig gemacht in den Jahren, wo ich ihn als Fighter erlebt habe, was mich an seiner Glaubwürdigkeit oder seiner Aufrichtigkeit zweifeln lässt. Er hat gesagt, er will sich alle Angebote anhören, zuerst das von der UFC und natürlich ist Geld eine Frage, aber natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich die Frage zu der UFC, okay, was habt ihr mit mir vor? Wollt ihr mich jetzt als den bekannten Gatekeeper hier noch halten, der jetzt gegen die ganz jungen, hungrigen Wilden außerhalb der Top 10 irgendwie abwehren soll und ich muss rund um die Welt jetten, nehmt ihr mich als Attraktion für Brasilien, dass er sagt, pass mal auf, du kämpfst vielleicht ein, zweimal im Jahr in Rio, dort hast du heimische Kulisse und du kriegst halt diese Fights wie gegen Cruise, diese Legendenkämpfe, hat er da Bock drauf, will er wirklich vielleicht nochmal zum Titel und sagt, wenn ihr mir garantiert, ich bekomme jetzt einen in der Top 5 und wenn ich gewinnen sollte, einen Titelkampf, das sind wahrscheinlich Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Ich hätte wahnsinnig Bock auf so ein Fight gegen Cruise und ich meine, im letzten Kampf, er sah gut aus, er sah wirklich sehr gut aus, Jose Aldo auch in einigen Punkten Vintage, Jose Aldo mit den Low Kicks, also einige Sachen, die mich da auch wieder sehr positiv überrascht haben, trotz seines Alters, muss ich damit leider dazu sagen, aber so ein Fight gegen Cruise oder gegen TJ Dillashaw, bei dem ja auch jetzt wieder angedeutet wurde, kommt er vielleicht zurück, das hätte noch etwas, um einfach so ein bisschen den Nostalgiker in mir so ein bisschen ruhig zu stellen, weil das sind Fights, die hätte ich an anderer Stelle wahnsinnig gern gesehen. Ich weiß mal, Anthony Pettis, ich glaube, der hat auch keine Brücken verbrannt in der UFC, der könnte ja eventuell auch nochmal zurückkehren, aktuell bei PFL, aber das sind die Fights, Cruise gegen Pettis, Cruise gegen, Cruise, Jose Aldo gegen Pettis, Jose Aldo gegen Cruise, gegen TJ Dillashaw, die würde ich gerne sehen. Ja, traue ich ihm zu, dass er auch einen guten Fight liefern würde gegen den aktuellen Champion, gegen Sugar Shono Malley, hundertprozentig, aber Titelkampf jetzt komplett schenken, da muss er wahrscheinlich noch an einem richtig knackigen Gegner vorbei, aber gut, vielleicht Henry Sokudo, der ja in den Rankings auch vor ihm steht. Ich glaube, es gibt sehr viele interessante Optionen und wenn er da so abliefert wie in seinem letzten Fight, warum nicht? Warum nicht ein letzter Lauf für Jose Aldo? Damit kommen wir zum Blitzlicht, wo ich versuche, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Fangen wir an mit Khabib Nurmagomedov. Dort gab es eine Aussage von seinem Team, dass das Statement, die Aussage mit seinen Schulden bei der Steuer nicht korrekt sein und das Khabib weiterhin Business-Projekte vorantreibt und dort involviert ist. Also, dass es da keine Einschränkungen gibt und nicht irgendwie alle Konten eingefroren sind. Ist jetzt ein recht dürftiges, recht knappes Statement, wo man jetzt nicht so viel rauslesen kann. Dieses nicht akkurat oder nicht komplett, nicht wirklich korrekt, das kann ja vieles bedeuten. Das kann einmal heißen, ist einfach nur ein offenes Verfahren, wir wollen nicht viel zu sagen und es geht nicht um 3,3 Millionen, sondern um 3,2 Millionen. Kann auch heißen, ist alles nur ein Missverständnis, komplett aus der Luft gegriffen, das wird sich alles aufklären. Wir haben ein Formular zu spät losgeschickt oder hey, wir haben schon dem Staat gesagt, guck in die Post, der Scheck war unterwegs. Schwer zu sagen, einige von euch haben ja auch schon ein bisschen gewunken, was ist es vielleicht eine politische Nummer jetzt mit Putin. Keine Ahnung, kann ich hier auch nicht aufdröseln. Ich gebe euch jetzt einfach mal dieses Statement mit, dass das, jetzt müssen wir natürlich so fair sein, wir haben von der einen Seite, ich habe ja keine offiziellen Dokumente jetzt bekommen hier vom Staat Russland, eine Aussage, dass er Schulden hat. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Gegenaussage, nein, das stimmt so nicht. Ja, mal gucken, ob da noch wirklich irgendjemand, irgendwelche Konten eingefroren werden, irgendjemand noch mal kämpfen muss, dass irgendjemand zwangsenteignet wird, ins Gefängnis kommt, die Zeit wird es sein. Wir gehen weiter zu RDA und das ist für mich eine Sache. Also einmal, ja gut, den Zahn würde ich wahrscheinlich während meiner professionellen Karriere auch nicht richten lassen. Ich glaube, da gibt es einige von Dan Anderson, so DC, die das alle nicht gemacht haben, weil die sagen, ja, was nützt es mir, der fliegt eben am nächsten Training wieder raus, wenn ich das jetzt für viel Geld machen lasse. Sieht natürlich schon brutal aus. Also wenn du da, wenn du so einem gegenüberstehst und der hat noch die Blumenkohle-Orden, ja, lieber nicht. Lass ihn weitergehen. Gib ihm den Parkplatz. Und bei RDA, also das ist immer, wenn ich glaube, der hat seine Entscheidung getroffen und sagt jetzt, oh, alles klar, Weltergewicht, dann hat er doch wieder irgendwie im Leichtgewicht gekämpft und irgendwie so einen Run angedeutet und war dann wieder in den Rankings. Und jetzt sagt er ganz klar, nehmt mich raus aus den Leichtgewicht-Rankings. Was soll denn der Quatsch? Für alle, die mich dort herausfordern wollen, ich bin durch mit der Nummer. Ich wieg 195 Pfund, bin 39 Jahre alt, quasi noch ein junger Hüpfer im Vergleich zu mir und er sagt, es macht für mich keinen Sinn mehr, diesen Cut zu machen. Bei 170 Pfund will ich kämpfen. Ich will im Juli kämpfen. Dort will ich wieder zurück sein im Octagon. Kann ich an diesem Punkt gut verstehen. Leichtgewicht, Prime RDA war eine absolute Maschine, ein absolutes Monster. Aber dieser Weightcut war immer brutal für ihn und den Leichtgewichtstitel, den hat er halt schon gewonnen. Ich weiß nicht, ob er wirklich noch Auge wirft auf den Weltergewichtsgürtel. Bei RDA ist er auch manchmal an der Leistung, wo ich mir denke, alter Schwede, super, wie er hier wieder aussah, dann wieder Leistung, wo ich mir denke, boah, ich glaub, das reicht nicht mehr für die absolute Elite, auch seine Fähigkeiten, vielleicht Schaden einzustecken. Aber von den Qualitäten definitiv immer noch ein sehr, sehr guter Fighter. Und ich glaube, dass für ihn auch noch viele Fights da sind, die Sinn machen können. Ich hab im Hinterkopf immer diesen Fight vielleicht gegen Conor McGregor. Da ist ja auch noch irgendwie so eine unbeglichene Rechnung zwischen beiden offen. Also ich glaube auch, dass er durchaus noch gute Fights hat. Richtung Titel sehe ich ihn also weder im Leicht noch im Weltergewicht noch irgendwo unterwegs. Gilbert Burns hat auf den Callout von Joaquin Buckley geantwortet. Und ja, Burns, also für mich auch so ein Fighter, gibt es irgendjemanden, der den nicht mag? Ich meine jetzt nicht vom Kampfstil, ich meine so, wie er auftritt. Weil er hier auch gesagt hat, wenn ich mir meine Situation jetzt angucke und die letzten Fights, kann ich da irgendwelche Forderungen stellen? Nein, kann ich nicht. Deswegen, ich hab noch nie Nein gesagt zu irgendeinem Fight, den die UFC mir angeboten hat und ich plane auch nicht jetzt damit anzufangen. Also das klingt so, wie wenn die UFC Bock drauf hat und mir diesen Fight anbietet, bin ich dabei. Dann werde ich da kein Gegenfeuer raushauen. Wir bleiben noch kurz bei Joaquin Buckley, denn der hat sich jetzt so ein kleines Hin und Her mit DC geliefert. Buckley hat vorgelegt und so ein bisschen DC, Bisping, Chael Son kritisiert und der sagt auch, eure Mütter haben richtige Bitches großgezogen. Ihr versucht jetzt, die Wörter in meinem Mund herumzudrehen und mir was anderes zu unterstellen, was ich halt gar nicht so gesagt habe. Und DC, der hier auch mit, also Diplomatie kann er, fängt an mit Shut up, Pussy oder lieber, oder hör lieber zu. Drei der größten Stimmen, der wichtigsten Stimmen in diesem Business, die sprechen über dich. Das war der schlechteste Callout einfach in der Geschichte. Und lass dir das nicht zu Kopf steigen, dass du jetzt ein paar Kämpfe bei 170 Pfund gewonnen hast. Don't mention Audrey, also erwähne nicht Audrey, wer ist Audrey? Ist das die, heißt du die Mutter von McGregor, heißt du die Mutter von DC so? Könnte sein, oder? Mutter von DC, aber ich weiß es nicht. Ich kenne jetzt nicht die Namen von allen Fightern und von deren Müttern. Aber gut, Wunderpunkt, ich weiß nicht, ob, ich glaube die Mutter heißt auch, die Eltern sind beide gestorben von DC. Weiß ich aber auch nicht hundertprozentig, aber ja, das ist bei vielen sehr dünnes Eis. Da sollte man vorsichtig sein. Wenn es um die Mama geht, Mama Nummer Uno, Mama ist die Beste, da muss man aufpassen. Aber bei DC ist die Nummer, ich meine ja, dass er bei Buckley hier auch natürlich den versucht hat, ein bisschen einzumachen, gesagt. Ich meine, war, fand ich, ich fand auch, war kein gutes Callout. Aber dieses Shut up Pussy, so sich dann auch auf dieses Niveau quasi herab zu begeben, das ist dann immer dieses Problem. Ja, du kriegst den Fighter halt nie auch aus DC ganz raus. Der wird irgendwo drin sein, dass er sich einige Sachen nicht bieten lassen will und das, wenn man ihn dann halt triggert, das auch ein bisschen herausbricht. Aber da muss er sich, glaube ich, immer ein bisschen dran erinnern. Er verdient was damit, mit dieser Berichterstattung. Auch das Buckley jetzt darauf antwortet, dass das nicht ihm unter die Haut fährt und dass er da noch versucht, zumindest einen kühlen Kopf zu bewahren. Brandon Allen hat keinen Bock mehr auf Marvin Vittori und da ist eine Sache, die ich, also zum einen sagt er, der hält ihn für komplett abgehoben, der glaubt wirklich, dass er gegen Izzy gewonnen hat, beide Fights und auch wahrscheinlich, wenn du ihn fragen würdest, gegen Kanoneer. Der lebt oft auf einem komplett anderen Planeten, er mag ihn als Person nicht, gut, dazu kann ich nichts sagen, ich kenne ja Marvin Vittori nicht, ich glaube, Brandon Allen, der ist ihm zumindest schon mal ein paar Mal über den Weg gelaufen. Aber eine Sache, die ich verstehe, er kritisiert halt, ich stimme hier zu, gegen jemanden zu kämpfen, einmal, zweimal und der taucht nie auf und ich kämpfe dann kurzfristig gegen jemand anderen, da ist eine Sache, die ja auch kurzzeitig bei Paolo Costa so gewesen ist, du büßt natürlich ein gewisses Vertrauen ein bei deinen Gegnern. Dein Gegner, und das ist jetzt kein Fight außerhalb der Top 15, das ist ein Fight, der dann in der Top 10 stattfindet, gegen einen qualitativ hochwertigen Gegner, auf den du dich dann spezifisch vorbereitest und wenn du dich spezifisch auf Marvin Vittori mit seinem Stil vorbereitest und kurzfristig springt dann doch ein anderer rein, der, so wie Chris Curtis einen ganz anderen Stil hat, komplett anders kämpft, dann ist das halt häufig schwierig und ja, im Worst Case hast du dann nicht so eine geile Performance, kommst mit ach und krach ins Ziel, da interessiert viele aber nicht, dass der Gegner gewechselt hat kurzfristig, da werden alle sagen, ja du hättest die Vorbereitung, dein neuer Gegner nicht, du hättest eigentlich mit dem den Boden wischen müssen, ja der Stil bestimmt den Fight und manchmal braucht man halt auch eine gewisse Vorbereitung auf den Stil, also da verstehe ich Fighter, die dann sagen, mir weißt du was, abgehakt, kein Bock mehr drauf. Du hast einmal oder zweimal deine Chance gehabt, du hast ihn einfach als unzuverlässig erwiesen, egal ob du jetzt was dafür kannst oder nicht, Verletzungen hier und da, wir alle haben Verletzungen, ich spreche jetzt mal aus Sicht von Brandon Allen und diesen Fight nehme ich dann erstmal nicht mehr an Aus, das geht vielleicht irgendwann um den Titel, gar nicht irgendwo nachvollzieht. Matchmaker unten im Fliegengewicht, Brandon Räuvel, ich weiß jetzt nicht, wie offiziell es ist, aber deutet es zumindest an gegen Albasi, Albasi auch wahnsinnig, ein wahnsinnig starker Fighter, der ja seine Gelegenheit so ein bisschen verpasst hat, aber da glaube ich auch verletzungsbedingt, also kann man ihm schwer vorwerfen, versucht jetzt natürlich wieder ein bisschen Dampf zu bekommen, ein bisschen Fahrt aufzunehmen in dieser Gewichtsklasse gegen Brandon Räuvel, der gefühlt gegen die Top-Leute hier alle schon zwei, dreimal gekämpft hat, der richtige Gegner, der richtige Tanzpartner, auch mit dem wilden Grappling von Brandon Räuvel, bin ich mal gespannt, wie das Grappling von Albasi das neutralisieren wird, also ein guter Fight, der hier für fünf Runden am 13. Juli angeteast wird, gehen wir mal davon aus, dass die Nummer kommen wird. Der Korean Superboy kehrt zurück, Du Ho Choi, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, gegen Bill Algeo am, lass mich nicht lügen, 20. Juli in Las Vegas, das klingt wieder stark nach Apex, sei es drum, der Korean Superboy ist ein Typ, was wäre, wenn, was hätte sein können, ist eine sehr unbefriedigende Frage, kam rein in die UFC, fast perfekt, hatte am Anfang schon mal so eine Split Decision gegen sich, aber mit einem wahnsinnig guten Lauf, drei Siege in der UFC, zusammen nicht mal eine ganze Runde gebraucht, also keine fünf Minuten für diese drei Siege, alle vorzeitig haben wir gedacht, alter Schwede, wer ist dieser Typ? Sieht aus, wie der nette Student von nebenan, damals halt noch ein sehr, sehr junger Mann gewesen, jetzt natürlich mit 33 immer noch, aber dann gegen Cup Swanson, ich meine gegen Cup Swanson, gegen Jeremy Stephens, das waren geile Fights, aber halt keine, die zugunsten vom Korean Superboy ausgingen, letzter Fight war ein unentschieden, diese vier Jahre hier dazwischen, oder drei Jahre, war ja von Dezember und hier von Februar, da war ja glaube ich auch in Korea beim Militärdienst, ja, ich meine schon, das hat auch, das hat auch den Korean Zombie nicht verschont, also, Südkorea ist da halt einfach, nee, nee, wir machen ja keine Ausnahmen, du magst irgendwie Spitzenathlet sein, UFC, coole Geschichte, kannst du deinen Enkelkindern erzählen, du kommst hier zum Militärdienst, wie alle anderen auch, irgendwo ja auch, dann, wenn man da keine Ausnahmen macht und gleiches Recht für alle irgendwo ja auch richtig, dass du da nicht irgendwelche extra Brötchen packst, aber tut einem als Fight-Fan natürlich weh, dass man da nicht sieht, was für ein Potenzial vielleicht beide hätten noch entfalten können und der Korean Superboy immer gut für spektakuläre Fights, nach wie vor erst 33 Jahre alt, aber diese Inaktivität, seit 2016, 17 nicht gekämpft, dann 18 einmal, 19 einmal, dann gab es drei Jahre Pause, schade drum, aber jetzt kehrt er ja zurück und vielleicht schafft er ja jetzt irgendwie langfristig aktiv zu bleiben, häufiger, als einmal im Jahr oder einmal alle drei, vier Jahre, Masvidal gibt diesen Fight nicht auf, er sagt, wir können es immer noch rausfinden, er ist ein zu großer Mann oder zu viel Mann für diesen kleinen Leprechaun, ein Money Fight, den er glaube ich noch nicht abgeschrieben hat. Masvidal, das war glaube ich ein Rücktritt, wo wir alle schon so ein bisschen gedacht haben, ob der von Dauer ist, dann hat er schon ein bisschen angefangen über BMF und über Gagey zu sprechen, jetzt möchte er boxen gegen Diaz hinter sich bringen, ja und danach hat er schon ganz offen gesagt, UFC, da habe ich noch einige Nasen, die ich brechen möchte und eine davon gehört scheinbar Conor McGregor. Ist ein Fight, der für mich auch ohne Probleme kommen kann, der Spaß machen wird, vom Trash-Talk her bis zum Fight an sich, die Frage ist hier wirklich bei Conor gegen Chandler jetzt, auf welchem Level kehrt Conor jetzt noch zurück? Welcher Level steckt noch in ihm drin? Wenn Conors Level noch nach wie vor ist, Chandler, Poirier, Gagey, also diese Kategorie, Top 5 Fighter, dann glaube ich, ist sein Interesse an einem Fight gegen Masvidal nicht wahnsinnig hoch. Wenn allerdings, weil Masvidal hat den BMF-Gürtel ja auch nie verloren, dann könnte ja Conor sagen, dann setzt den nochmal aufs Spiel. Ist das ein Fight, der dann irgendwie durchaus Sinn macht, wenn Conor jetzt nicht spektakulär zurückkommt, nicht gewinnt vielleicht sogar? Dann ist das ein Fight, den man glaube ich blind immer machen kann. Und dass Conor immer für eine Überraschung gut ist, das zeigt dieses Video hier, wo er barfuß laufend Bäume umarmt und sagt, ein gutes Gefühl. Ganz ehrlich, bei Conor glaube ich, der macht einfach nur immer genau das, worauf er Lust hat. Im positiven wie im negativen Sinne, ob das wieder ankommt oder nicht ankommt, der macht, worauf er Bock hat. Aber das sind natürlich Sachen, die werden ihm dann irgendwann klar auch wieder an den Kopf geworfen, weil er jetzt nicht gewinnen sollte. Immer wieder mehr Bäume umarmen. Wie habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, setzt alles auf Chandler oder hat er jetzt zu viel Zeit mit Prokaska verbracht? Prokaska, oder Gift-Efeu, aber der hat seinen Körper damit malträtiert, seinen nackten Oberkörper. Hat mir auch einer von euch geschickt, wo ich mir gedacht habe, was ist mit dem? Der ist ja wirklich irre. Also positiv irre. Also jetzt kein irgendwie, wo ich sagen würde, boah, hätte ich aber Sorge, wenn ich den irgendwo in der dunklen Gasse sehe. Ja, sollte man vielleicht haben, weil er die Fähigkeiten hätte, einen auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, Prokaska ist ein recht chilliger, friedlicher Typ. Außer du kennst ihm halt ab, dass er sich als Samurai identifizieren darf. Da gibt's Ärger. Letzte Nachricht, letzte Mini-Nachricht. Es scheint einen Nachfolger vom Roadhouse zu geben mit Jake Gyllenhaal. Aber Connor ist wohl nicht dabei, denn er schreibt hier nur auf diese Nachricht, dass Roadhouse neu oder wieder öffnen wird. Sagt hier nur Gratulation und viel Glück damit. Ganz ehrlich, schade, das war so ein B-Movie, wie er im Buche steht. In den 80er, 90er hätte der Film, glaube ich, sehr gut funktioniert mit diesen Sprüchen, die jetzt nicht sonderlich tiefgründig sind mit diesen crazy Charakteren. Das hätte in einer anderen Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Heute ja auch noch. Der Erfolg gibt dem Film recht. Ich finde auch Connors Charakter, der hat da sehr, sehr gut reingepasst. Also schauen wir mal, ob er nicht vielleicht doch dabei ist und wieder ein paar Rekorde bricht. Gyllenhaal scheint auf jeden Fall mit am Start zu sein. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Das war's für heute von mir. Wie immer danke ich euch sehr fürs Einschalten. Passt auf mich auf, bis demnächst und let's fight.